Willkommen auf der Satox. Ich habe jetzt hier die dritte und letzte Box von den Gigi Bunko für euch. Also vorher das letzte. Ich kann ja bei meinem lokalen Händler nochmal fragen, ob der vielleicht noch eine Auflage hat. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. Wieder, ich werde es wieder auf zwei Parts aufteilen. Und was haben wir hier? Noch eine andere Golden Forst. Dafür, glaube ich, die alle. Das sind wir nicht die klassischen PA-Korten drin. So, die ersten acht Booster. Und ohne große Umschweife fangen wir direkt an mit dem Aufschneiden. Da haben wir schon bekannte Gesichter. Oh, die hatte ich noch nicht. Kino, ja. Aber ja, lasst euch überraschen. So, hier kann ich euch auch amstens empfehlen. Weil man halt sagen muss, jede Folge da hat so einen Fadenbeigeschmack. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So, hier. Da wäre ein Da wäre Tiger Und eine Rare Sagi Reon 11. Nein, das hat nichts mit der Zahl zu tun. aber einiges da muss ich halt auch erstmal nachgucken wie ich jetzt überhaupt alles kenn zwar schon einiges aber nicht alles glaube ich wenn man auch von anderen publisher beziehungsweise andere serien guckt schwer da wirklich zu 100 prozent alles zu können und dabei schauen wir die hatte ich auch schon und du mal den dix du mal jetzt bräuchte noch einmal dann hätte ich dann lesen gut dann finden zu sehen wir sehen uns beim zweiten part wieder also bin ich beim sechsten part bis dahin